Ja, meine Damen und Herren, liebe Fans des runden Leders, herzlich willkommen hier im VIP-Zelt von Wacker Nordhausen. Sehe viele glückliche Gesichter, eins zumindest neben mir, von meiner Seite aus links betrachtet. Es ist 21.17 Uhr. Wacker ist glücklich, hat dieses Spitzenspiel gewonnen. Wir wollen aber ganz nüchtern beginnen mit einer Analyse der beiden Trainer und wir beginnen natürlich mit unserem Trainer aus Berlin, mit dem Trainer der Gäste, mit Thomas Stratos. Bitte Ihr Statement. Schönen guten Abend. Ich muss erstmal oder ich möchte erstmal gratulieren zum Sieg. Es gehört sich einfach so, wir haben heute ein spannendes Spiel gesehen, dass ab der ersten Minute war es für mich klar gewesen, dass es entweder 0-0 oder ein knappes Ergebnis geben wird. Ich hatte immer die ganze Zeit gehofft, dass es für uns ausgeht. So ist es eben nicht passiert. Aber so laufen eben diese Spiele. Es war erwartet, spannendes Spiel, ein Kampfspiel, alles dabei gewesen. Nicht unbedingt unser Platz. Als ich auf den Platz gegangen bin, konnte ich erkennen, dass es eben ein tiefer Platz werden würde. Einer, der nicht fürs Fußballspielen geeignet ist. Nicht eben über 90 Minuten. Das ist einer anderer Meinung. Dann habt ihr alle auch nicht auf dem Platz gestanden. Sorry. Das kann passieren, das macht nichts. Für Fußballer ist das eben nicht ganz so. Die Jungs haben es versucht, beide Mannschaften. Wir haben eben gesehen, dass viele Bälle versprungen sind, viele Bälle eben nicht so gelaufen sind. Das ist für unsere Spielweise nicht ganz das Wahre. Aber Gott, ich nehme das Ganze so hin. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles versucht bis zur letzten Minute. Haben alles nach vorne geworfen und alle Möglichkeiten versucht zu nutzen, um eben den Ausgleich noch zu erzielen. Wir werden nächste Woche genauso wieder spielen, genauso wieder auflaufen. Wir werden zu Hause spielen und so geht es eben weiter. Danke. Dankeschön, Thomas Strakus. Und ich bin eigentlich aus zweierlei Hinsicht froh, denn mit diesem Platz mussten 22 Spieler zurechtkommen. Vielleicht mal so die kleine Zwischenbemerkung. Und ich bin eigentlich froh, dass ich mit diesem Mann links neben mir hier schon einige Pressekonferenzen durchstehen konnte. Und das im positiven Sinne. Es macht einfach Spaß, mit euch beiden, mit dir, Martin und mit dem Andreas hier zu spielen. Es macht Freude. Dem Publikum 1650 Zuschauer haben das heute mitgemerkt. Aber jetzt, Martin, dein Statement. Ja, auch erstmal von mir. Schönen guten Abend. Wenn man gewinnt, machen die Pressekonferenzen immer Spaß. Da hast du recht. Das stimmt. Wir wollen das ganz einfach immer wieder so beibehalten. Ne, ich sehe es ähnlich wie mein Trainerkollege. Es war wirklich, das Spiel hat ganz einfach heute den Titel Top-Spiel verdient. Es waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten das Spiel entscheiden konnten und können. Dies hat, ja, so ist es auch eingetreten. Wir haben der Mannschaft vor dem Spiel gesagt. Wir haben in der Halbzeit nochmal explizit darauf hingewiesen, dass heute so ein Spiel ist, wir müssen 5% mehr machen wie der Gegner. Und dann entscheidet eine Kleinigkeit, was eine Standort-Sensation ganz einfach ist. So ein Spitzenspiel. Die Jungs, Rischo, Nils, Corwin, üben das, ja, jede Woche fleißig ihre Freistöße. Dann drehen sie das noch viel besser manchmal aus. Und heute haben sie sich extra, oder endlich mal, mal belohnt. Und ich denke, ja, es war wirklich von uns ganz einfach ein sehr souveränes Auftreten in der ersten Halbzeit. Die ersten 20 Minuten waren sehr ordentlich. Dann haben wir so ein bisschen nachgelassen. Dann ist BFC ganz einfach auch ins Spiel gekommen. Da haben sie eine Qualität, ja, die man nicht absprechen kann. Und da kannst du auch nie 90 Minuten entgegenspielen. Deswegen war da so ein, ja, 20 Minuten, wo wir nicht so zufrieden waren. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie ganz einfach dann nochmal, ja, alles, alles das, wofür wir trainieren, tagtäglich rausgehauen. Und jetzt müssen sie am besten alle nochmal in die Kabine gehen. Dann wissen sie, was Freude ist. Vielen Dank. Ja, danke schön. Martin Hauswald, wie immer jetzt die obligatorische Frage an die Vertreter von Pressefunk und Fernsehen. Gibt es Nachfragen an die beiden Trainer? Auch dafür sitzen wir hier. Und wie immer kann ich damit diese hervorragende Pressekonferenz beenden. Ich wünsche unseren Gästen aus Berlin eine gute Fahrt in die Hauptstadt. Uns allen ein jetzt doch entspanntes Wochenende. Und vielleicht träumen Sie in dieser Nacht noch von diesem geilen Spiel. Schönen Dank. Vielen Dank.